Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was eure Lieblings-Holster-Sorten sind, habe euch abstimmen lassen und das haben auch insgesamt über 1600 Leute gemacht und heute ist es soweit. Wir gucken uns das Ranking an, was ist eure am wenigsten beliebte Holster-Sorte bis hin zu der beliebtesten Holster-Sorte. Und ich würde sagen, ich habe hier die Liste schon vor mir, wir gehen die einfach mal komplett durch und fangen einfach mal bei dem an, was ihr am wenigsten gerne von Holster raucht. Wie gesagt, hatten wir insgesamt 1654 Leute, die mitgemacht haben und es wurden 4860 Stimmen abgegeben. Von diesen fast 5000 Stimmen gingen 42 an den Bono. Das ist schon... Autsch. Die zweitunbeliebteste Sorte von Holster ist Winter Edition mit nur 4 Votes mehr mit 46 Votes. Danach haben wir schon fast doppelt so viele Stimmen für den nächsten Platz und zwar mit 90 Stimmen hat der Smurf-Daddy den drittletzten Platz gemacht von Holster. Zwischendrin muss ich noch eine Sache sagen. Ich habe aus Versehen den Wild Punch vergessen. Das heißt, der wäre wahrscheinlich da auch noch irgendwo mit drin. Habe ich vergessen. Für die nächste Abstimmung werde ich mir Mühe geben, dass alles drin ist. Und Speaking of nächste Abstimmung, die ist auch schon in der Video-Infobox drin. Da könnt ihr gerne draufklicken und dann für eure drei Lieblings-Ein-Massiva-Sorten stimmen. 3,11% oder 151 Votes gingen an unseren viertletzten Platz, den Miss Juicy. Hätte ich ehrlich gesagt vielleicht... Na, obwohl, ich weiß nicht, die anderen Sorten sind ja doch schon eine ganze Ecke gehalten. Na, egal, ich weiß nicht. Wir gucken mal weiter. 152 Votes, also nur ein Vote mehr als Miss Juicy, ist der Booster mit 3,13% aller Stimmen. Dann geht es nochmal einen ganzen Schritt vorwärts. 180 Stimmen hat unser nächster Tabak auf der Liste. Das sind 3,7% aller Stimmen. Und das ist der Watermill Punch. Den hätte ich ehrlich gesagt auch weiter vorne gesehen, weil ich gedacht hätte, viele von euch rauchen gerne Wassermelone. Und dass der dann eben weiter vorne ist. Für mich persönlich ist das kein Problem, wenn der ganz weit unten ist, weil ich jeglichen Wassermelonentabak überhaupt nicht abkann. Aber das ist natürlich komplette Geschmackssache. Das ist ja auch das Geile an dieser Umfrage. Es geht nicht nur um meinen Geschmack oder eigentlich gar nicht, also wirklich gar nicht, sondern nur um euren Geschmack. Ich meine, 1.600 Leute haben mitgemacht und abgestimmt, welchen Tabak die geil finden und welchen nicht. Und ich finde, das ist ein super nicer Anhaltspunkt, wenn man sich gerade überlegt, was man vielleicht von Holster dann zum nächsten Mal probieren möchte oder so. Weil 1.600 Leuten vertrauen, wenn die sich da schön eingependelt haben, ist immer noch leichter als so einem Shisha-Youtuber, der sagt, oh, der schmeckt mir aber lecker. Naja, wir machen mal weiter. Eisbomb auf dem nächsten Platz mit 191 Votes. Und dann geht es auch schon, ja, so langsam machen wir ein paar größere Schritte. So, 191 Votes hatten wir eben, jetzt haben wir 269 und zwar für den Mr. John über 5% aller Stimmen. 323 Stimmen gingen an den Yellow Punch. Vielleicht hätte man bei dem Yellow Punch sogar noch diese kleine Unterordnung machen müssen mit Midshot oder ohne Shot. Aber das wäre natürlich fies gewesen. Also so, das habe ich natürlich nicht beachtet. Also, dass es alles einfach so wie es ist. Ja, der Yellow Punch hatte wie gesagt 323 Votes und dann kommen wir schon der letzte vor der Top 3. Also unser Platz Nummer 4, euer viertbeliebtester Tabak von Holster ist der Kiwi Punch mit 435 Votes. Bevor wir in die Top 3 kommen, Leute, lasst mir gerne in den Kommentaren eure Meinung dazu da, wie dieses Format ist. Also eure Meinung, eure Abstimmung zu bestimmten Tabakmarken mit einer Rangliste, die ich dann eben in den Videos präsentiere. Schreibt mir da gerne mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Und nehmt sehr, sehr gerne an der Umfrage teil für die nächste Tabakmarke in diesem Format. Also ich würde das super gerne irgendwann für alle Tabakmarken gemacht haben. Ich finde es super interessant. So, was ihr bestimmt auch interessant findet ist, was der Platz Nummer 3 ist. Wir haben noch drei Sorten von Holster, die jetzt nicht dabei waren. Also eigentlich vier, weil den Wild Punch habe ich wie gesagt vergessen, aber lassen wir den mal beiseite. Dann gibt es noch drei Sorten. Wir haben den Bloody Punch, wir haben den Eiskaktus und den Grape 2. Die streiten sich um die ersten drei Plätze. Und Platz 3 ist geworden der Bloody Punch mit 881 Votes oder 18,13% aller Stimmen. 18,35% oder 892 Votes, was nur 11 Votes mehr sind als für den Bloody Punch, ist der Eiskaktus. Sehr, sehr wild, dass der Eiskaktus vor Bloody Punch gekommen ist. Für mich wäre es andersrum gewesen. Aber das ist halt das Schöne an der Umfrage. Den meisten scheint Eiskaktus besser zu gefallen als Bloody Punch. Und damit ist auch unser Platz 1 klar. Aber der war ja so krass vorne. Wir hatten bis jetzt ja immer mal so Sprünge und manchmal waren es nur so 11 Votes, so 880, 890 und so. Und jetzt springen wir einfach von Eiskaktus Platz 2 knapp 900 Votes auf 1207 oder 24,84% für den Grape 2.0 mit dem Shot. Also der Shot sowieso eingerechnet. Ja, also da gehe ich auf jeden Fall mit. Grape 2 wäre auch definitiv mein Platz 1. Leute, Umfrage ist unten drin für das nächste Format. Daumen nach oben, Abo, wenn es euch gefallen hat. Und ja, schreibt mir was schön in die Kommentare. Bis dann.